Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass ich Drogerie-Make-up mittlerweile vor High-End-Make-up bevorzuge. Und deswegen habe ich euch wirklich die Favoriten aus der Drogerie rausgeholt, die deutlich, deutlich besser als High-End-Produkte sind. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr kennt mein Content mittlerweile sehr gut und ihr wisst, dass ich in der Drogerie ja schon fast zu Hause bin. Und ich zeige euch wirklich viele Produkte aus der Drogerie, die gut sind. Aber es gibt ein paar Produkte, die ich immer so ein bisschen zurückhalte, weil es so viele verschiedene Produkte in der Drogerie sind. Aber diese Produkte sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, vielleicht werden es 7 Produkte, die bei weitem besser sind als High-End-Make-up und definitiv ein Test von euch wert sind. Einige Produkte findet ihr bei Amazon, einige Produkte findet ihr bei Rossmann. Ich schreibe euch alles hin, ich blende euch das immer ein. Aber das sind Produkte, die wirklich absolute Game-Changer sind und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Machen wir mal einen Knopf zu. Ist vielleicht ein bisschen viel für einen Freitagabend. Wobei, nee, Freitagabend wäre es okay, Montagabend wäre es zu viel. Okay, Freunde, ich habe hier alles umgestellt. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schön. Es ist alles so ein bisschen cleaner wieder. Es ist ein bisschen mehr Platz. Ihr seht ein bisschen mehr. Und ich dachte mir, wir starten einfach. Ihr kennt viele Produkte von mir, aber ich wollte euch nochmal ganz genau die Technik dahinter zeigen, wie ich die Produkte benutze. Weil ich glaube, wir sehen gerade auf Social Media sehr, sehr viele Trends, die super natürlich und super Strawberry und Latte und Matcha und dies und das und jenes Trend sind. Sie sind immer sehr mit dem Fokus auf High-End-Make-up irgendwie. Und ich wollte da so einen kleinen Twist mit reinbringen und euch zeigen, wie ihr diesen Trendy-Look hinkriegen könnt, ohne dass ihr viel Geld dafür zahlen müsst. Ich zeige euch ein paar Produkte und wir starten auch direkt mit dem ersten. Und ich habe dem leider so ein bisschen wenig Aufmerksamkeit gegeben, während der rauskam, weil es einfach genau während meines Launches rauskam. Und deswegen konnte ich da natürlich auch nicht so viel drüber sprechen. Aber der Catrice Soft Glam Filter Fluid ist ein absoluter Game Changer. Er wird oft, finde ich, als Dupe zu dem Charlotte Tilbury Hollywood Floor das Filter gesehen. Dem würde ich nicht zustimmen. Also ja, klar, er kommt dem nah und das hat das wahrscheinlich auch inspiriert. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Produkt. Ich habe ihn hier in der Farbe 010 Fair. Ich habe ihn auch in 20, glaube ich. Der hat eine Deckkraft. Der von Charlotte Tilbury hat so gut wie gar keine Deckkraft. Und dieses Produkt ist, seitdem ich es hier habe, ich habe es natürlich schon ein bisschen länger hier. Ich sollte eigentlich das Launch-Video für das neue Update machen. Hat aber zeitlich leider nicht geklappt. Und dann hatte ich die Sachen natürlich aber schon da. Und seitdem benutze ich es wirklich jeden Tag. Aber in einer ganz bestimmten Kombination. Weil das ist natürlich... Also, wer es sehr, sehr glowy haben möchte, ist das der absolute Game Changer. Mir ist es aber sonst ein bisschen zu viel, weil ich ein bisschen gleichmäßiger sein möchte. Und deswegen mische ich da immer die Miracle Pure Foundation von Max Factor mit rein. Das ist die Farbe Natural Rose in 50. Die ist ein Stückchen dunkler. Und damit gleiche ich das so ein bisschen an. Die Foundation von Max Factor ist ein bisschen pastiger. Hat eine sehr, 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 sehr gute Deckkraft. Und gleich vom Finish her so ein bisschen den Soft Glam Fluid Filter Catrice um. Ich mische mir das einmal zusammen. Und was der Vorteil ist, ist, dass ich a. ein bisschen mehr Deckkraft habe, aber auch diesen Glow. Und ihr werdet jetzt sehen, wie wenig ich davon benutze. Meine Hand ist voll und ich zeige euch jetzt, wie ihr die schönste Base überhaupt hinkriegt. Und ich habe in meinem Leben auch schon wirklich sehr, sehr viel High-End Make-Up benutzt. Aber ich liebe High-End Make-Up. Aber das ist das Gefühl. Aber mittlerweile, wenn man sich mal so das Packaging anschaut, das fühlt sich ja nicht mehr nach günstig an. Das ist Glas, das ist schwer, das liegt gut in der Hand. Und das ist bei vielen Produkten wirklich so Standard geworden. Ich nehme diesen Pinsel. Das ist mein absoluter Liebster-Foundation-Pinsel. Der ist von Crash Cosmetics, von Luisa Crashen. Und ich arbeite mir das Produkt in den Pinsel ein. Ganz, 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 ganz bisschen. Und tupfe dann einfach nur noch hier rüber. Und was passiert ist, dass ich die Foundation oder das Foundation-Gemisch sehr, sehr tief in die Haut drücke. Und einfach alles ebenmäßig mache. Und vielleicht fällt euch etwas auf. Ich habe hier schon etwas, was aussieht wie Bronzer. Ist es aber nicht. Das ist Self-Tan. Ich habe mittlerweile eine sehr exzessive Maintenance-Routine. Wie viel... Also meine Routine, um so auszusehen am Ende des Tages, wie ich aussehe, ist exzessiv. Ist aber mein Job. Deswegen habe ich natürlich die Zeit dafür. Und ich benutze den Self-Tan schon so ein bisschen als Bronzer-Grundlage. Und brauche dadurch natürlich deutlich weniger Produkt im Gesicht. Das ist etwas, was ich von Letizia, Letizia kennt ihr mittlerweile, ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir geworden mittlerweile, gelernt habe. Weniger ist mehr. Wenn man es kann und es mag, ist weniger Produkt mehr. Und ihr seht, wie gleichmäßig die Haut ist. Ich habe jetzt nur eine halbe Seite genommen und meine Hand ist noch voll mit Produkt. Einfach, weil ich nicht mehr so viel Produkt nehme und fokussierter dahin arbeite, wo ich die Deckkraft haben möchte. Und das Finish ist genial. Und durch diese Kombination aus diesem Soft Glam Fluid Filter und der Miracle Pure Foundation ist das die perfekte Mischung. Du hast genug Deckkraft, du hast genug Pflege, du hast genug Glow. Wenn du es magst, du kannst natürlich weniger von dem Glam Filter nehmen. Ich habe aber gleich noch was, was das Ganze richtig krass mattiert. Und das ist etwas, was ich euch zeigen möchte, schon seit einer Weile. Denn ich weiß, dass viele dieses super, super Glow Make-up total gerne mögen. Oder dieses natürliche Make-up. Wir kommen mal ein bisschen von dem Begriff Glow weg. Dieses natürliche, frische Make-up gerne mögen. Aber es nicht können, weil die Haut zu ölig ist. Und ich habe das krasseste Produkt dafür überhaupt gefunden. Früher hätte der alte Maxim, hätte jetzt den Rest hier auf der Hand noch irgendwie ins Gesicht geklatscht. Der neue Maxim macht das nicht. Ich nehme einen Spann, der ist von gestern. Und arbeite mir alles ein. Und ich spare tatsache auch wirklich so ein bisschen die Stellen aus, wo ich jetzt auch gar nicht so viel Produkt drauf habe. Ich gehe erstmal dahin, wo ich Produkt aufgetragen habe. Um die Nase, um die Augen. Und mit dem Rest kann ich dann hier über die Wangen gehen. Wir machen direkt weiter. Und zwar mit diesem Schätzchen hier. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Es ist völlig durch die Decke gegangen. Ich glaube, es haben schon 600 Leute von euch bestellt. Habe ich bei Amazon gesehen. Das ist von Key Best. Ein Pro Cosmetics. Ein Kontur Wand. Ich habe ihn damals als Duke zum Charlotte Tilbury Kontur Wand bezeichnet. Nehme ich alles zurück. Es ist was ganz anderes. Der von Charlotte Tilbury ist sehr, sehr warm. Sehr gelig. Der ist sehr, sehr pastig. Und sehr, sehr grau. Ein Punkt reicht. Und dann müsste man so ein bisschen schnell sein. Und ich drücke einfach nur auf dieselbe Stelle. Immer vor und zurück. Ein bisschen nach oben. Ein bisschen nach unten. Und blende das aus. Und dann nehme ich den Rest und gehe erst hier als Kontur lang. Ich möchte den dunkelsten Punkt direkt hier haben. Und dann blende ich das Ganze hier aus. Es bleibt nämlich nicht dabei. Ich habe nämlich noch ein neues Produkt. Wenn ihr ein Kontur Produkt sucht, was extrem kühl ist. Was extrem gut hält. Also das ist abends, ist das noch sichtbar. Es gibt so Contouring Produkte. Die siehst du abends nicht mehr. Die sind dann irgendwie weg. Ist das die perfekte, perfekte Farbe. Mit dem Rest am Pinsel. Ich gehe nicht nochmal rein. Weil viele machen das dann noch auf der Stirn oder so. Du siehst danach aus wie eine Maus. Ist viel zu dunkel. Ist viel zu grau. Ist viel zu deckend. Der Rest reicht. Einfach hier an der Nase ein bisschen lang. An den Augen ein bisschen lang. Hier am Lid. Ihr könnt so ein bisschen nehmen. Und das hier in die Lidfalte geben. Um das Ganze so ein bisschen zu definieren. Aber nehmt nicht zu viel. Und dadurch hält sich das Produkt ewig. Es ist, ich würde schon fast sagen, es ist spottbillig. Es kostet glaube ich 6 Euro. Und das hält euch ja 150 Jahre. Eine super, super kühle Kontur. Ganz, ganz wichtig. Kontur ist kalt. Bronzer ist warm. Weshalb wir jetzt auch einen Bronzer nehmen. Da nehme ich einen festgebundenen Pinsel. Und gehe nur ganz leicht rein. Der ist sehr, 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 sehr cremig. Ganz, 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 ganz tolle Textur. Aber er ist warm. Also wenn man ihn ausblendet, ist er super, super warm. Und ihr braucht nicht viel. Einmal rein. Viel zu viel. In die Hand einarbeiten. Und erst dann rüber gehen. Ich wechsle auch immer gleich so ein bisschen zwischen meiner linken und rechten Gesichtshälfte. Und gehe dann hier rüber. Und habe den perfekten Bronzy Look. Und mit dem Rest auch hier wieder in die Augen rein. Ich möchte kein Lidschatten haben. Ich möchte so ein bisschen mein Gesicht betonen. Und habe ein so luxuriöses Finish. Ich finde, was ich mit dem Video so ein bisschen mit auf den Weg geben möchte. Wenn wir uns Make-Up-Artists anschauen. Auf Social Media. Mario, Charlie Tilbury, Patrick Tarr. Diese ganzen Pro-Make-Up-Artists. Die Produkte von denen sind super. Aber die Techniken und wie das Finish am Ende aussieht. Das ist das, was ich euch zeigen möchte. Mit den günstigsten Produkten. Und jetzt kommt der absolute Game-Changer. Dieses Video entsteht nämlich in Zusammenarbeit mit Typology. Und Typology hat ganz, ganz tolle Produkte. Nicht nur wunderwundervolle Skincare mit Fokus auf Ingredienzen. Sondern auch so ein bisschen dekorative Kosmetik. Und dafür freue ich mich, dass ich euch ein paar Produkte vorstellen kann. Die für mich wirklich alles verändert haben. Eins habe ich mich sehr gefreut. Ich habe es nämlich jetzt neu bestellt. Oder wieder nachbestellt. Das Reinigungs-Cleansing Oil aus nur sieben Inhaltsstoffen. Typology hat in der Industrie die längste Inhaltsstoffliste mit Inhaltsstoffen, die sie nicht verwenden. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Gerade wenn ihr das Gefühl habt, eure Haut braucht nichts extra, was nicht rein muss. Ist Typology höchstwahrscheinlich die richtige Brand für euch. Und wenn ihr herausfinden wollt, welche Produkte die richtigen von Typology ist. Kann ich euch die Hautdiagnose wärmstens ans Herz legen. Sehr, 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 sehr einfach zu benutzen. Ihr könnt das einfach an eurem Smartphone machen. Ich zeige euch das einmal. Ich blende es euch hier ein. Entdecke deinen Hauttypen. Diagnostik starten. Und ihr könnt aussuchen, was eure Hauptanliegen beispielsweise sind. Bei mir sind es so beispielsweise Rötungen. Und dann wird auch weiter gefragt, wie das Ganze für dich am passendsten ist. Die Haut sieht rot und gereizt aus. Sie spannt oder juckt. Meine Rötungen sind... Oh ja, das stimmt. Tatsache, ich kann nichts trinken. Ich kriege sofort rote Flecken im Gesicht. Nehmen wir mal das. Haben Sie auch noch ein anderes Hautproblem? Ja, beispielsweise ab und zu Falten und Fältchen. Feine Fältchen auf der Stirn, mimische Falten, statische Falten, tiefe Diffuse Falten, feine Fältchen um die Augen herum. Weiter. Ihr könnt euch wirklich durch diese Hautdiagnose durchklicken. Ich mache das einmal für euch. Und dann wird die individuelle Hautflecken-Routine für euch und für eure Hautbedürfnisse angepasst. Und ich muss sagen, ich bin bei sowas immer super dankbar, weil ich manchmal selber einfach nicht genau weiß, was meine Haut gerade braucht. Und wenn ich dann eine Hautdiagnostik habe, die so präzise ist wie die von Typology, bin ich dafür super dankbar. Denn ich kriege natürlich gleich die passenden Produkte aus vorgeschlagen. Sondern ich lerne auch meine Haut kennen. Deswegen probiert es einfach selber mal aus. Ich setze euch den Link für Typology unten in die Infobox. Das Ganze ist wirklich genial und ihr versteht eure Haut einfach besser. Mein Hauttyp ist DP+. Das heißt, ich habe eine leichte Hautalterung. Oxidationsfaktoren sind geschützt. Und Seheproduktion ist überproduziert. Ich öle nämlich recht schnell um die T-Zone herum und habe ganz, 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 ganz tolle Produktvorschläge, wo ich tatsache viele auch schon habe. Das Reinigungsgel ist sehr, sehr gut mit Zink-PCA. Liebe ich sehr. Apropos Zink, eins meiner Favoriten von Typology ist tatsache auch das Puder. Und das meinte ich vorhin. Das ist das Pudere Libre Matifont mit Zink-PCA 1%. Ein mattierendes, loses Puder. Und jetzt hole ich euch ganz nah ran und ich muss euch zeigen, wie krass das ist. Erstmal Packaging, super clean, super schlicht. Eine ganz, 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 ganz kleine Menge. Es ist extrem fein gemahlen. Ich nehme ein Microfiber Multitool Mini und arbeite mir ein bisschen Produkt in das Tool mit rein. So, dass es kaum noch sichtbar ist. Und jetzt schaut euch einmal meinen T-Zone-Bereich an. Wie mattiert das Ganze ist. Ohne. Und das ist das Krasse an diesem Produkt. Ohne, dass es so crusty aussieht. Und hier ist es super, super glowy. Die Poren werden minimiert. Aber das hält wirklich den ganzen Tag matt. Ich würde das nicht unbedingt als Finishing-Puder unter den Augen benutzen. Sondern wirklich an den Stellen, die ich mattiert haben möchte, wo ich wirklich Probleme habe mit ölender Haut. Um die Nase herum. Vielleicht auch so ein bisschen auf die Stirn. Ihr könnt damit sehr, sehr präzise arbeiten. Ihr braucht nicht viel von dem Produkt. Und ihr habt wirklich eine Menge drin. Weil hier sind 10 Gramm drin und dadurch, dass ihr wirklich nur so wenig braucht, hält euch das ewig. Die Inhaltsstoffe sind zu 97% natürlichen Ursprungs. Und die Rezeptur ist ohne Talcum, ohne Silikone und ohne Nanopartikel. Also wirklich ganz, ganz mild zur Haut. Und das ist der Vorteil so ein bisschen bei Typology. Weil sie von der Skincare kommen und in die dekorative Richtung mit einigen Produkten gegangen sind, ist der Ansatz nochmal ein ganz anderer. Ihr kennt meine Meinung zu Beauty-Brands, die Skincare rausbringen, wenn sie eigentlich Make-up rausgebracht haben. Sobald es andersrum ist, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, weil der Ansatz dahinter ganz anders ist. Dieses mattierende Puder hält euch wirklich den ganzen Tag um die Nase, auf der Stirn, super, super matt. Probiert also unbedingt einmal die Hautdiagnose aus. Ich zeige euch gleich noch ein anderes Produkt. Das seht ihr dann auf meinen Lippen, wenn ihr jetzt, ne, der Sommer ist bald vorbei, dafür braucht ihr das. Probiert die Hautdiagnose aus. Ihr werdet sie wirklich, wirklich lieben und sie wird euch einfach helfen, die Haut besser kennenzulernen. Und es gibt natürlich auch noch ein kleines Angebot. Typology arbeitet nicht mit Rabattcodes, was ich sehr, sehr gut finde. Weil Rabattcodes oft einfach so ein bisschen inflationär genutzt werden, was Typology macht. Maximum aus dem Schnitt, ihr kleinen Zwischenschnitt. Ihr bekommt mit dem Link aus der Infobox den Body Scrub, den ich euch am Ende des Videos zeige, gratis mit dazu. Ab einem Einkaufswert von 45 Euro. Dadurch, dass meine T-Zone jetzt schon so schön mattiert ist, brauche ich gar nicht mehr viel. Ich will auch heute, glaube ich, kein Concealer benutzen, oder? Nee, ich fühle mich so tatsache schon sehr, 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 sehr wohl. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich gehe mit einem großen, fluffigen Pinsel in den Rest hier von dem Puder und mattiere einfach so ein bisschen drumherum. Ich will ja nicht den ganzen Glanz wegnehmen. Ich möchte nur, dass mein Make-Up fixiert ist und ich nicht so schnell öle. Das Schöne ist, es ist dann nicht so leblos auf der Haut. Schaut mal, wie viel Bewegung noch da ist, aber es hilft einfach gegen dieses super, super ölige Finish. Was sich so ein bisschen durchgesetzt hat bei mir als Blush, ist Creme Blush. Und Creme Blush ist eine Technik, die super, super beliebt ist. Und dafür liebe ich die Vinyl Inks von Maybelline. Vor allen Dingen in der Farbe 20 Koi. Ist ein sehr, 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 sehr kühler Ton. Ihr wisst aber, was ich damit mache. Ich nehme den Lippenstift, den Lipquid Lipstick, den ich haben möchte als Lippenstift und nehme Concealer in meiner Hautfarbe. Meistens ist es ja ein bisschen heller. Und mische mir das Ganze zusammen. Dadurch entsteht ein Ton, der eurer Hautfarbe entspricht, der nicht so unpassend aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Künstlich aussehen und in dem Moment, wo ihr euren Lippenstift vielleicht, wenn ihr den auch tragt, beispielsweise auf eure Wangen gebt, habt ihr einfach ein ganz tolles Finish. Nur ganz leicht drauf. Und schaut mal, was passiert. Die Farbe sieht aus, als wäre, als würde meine Haut wirklich so natürlich erröten. In der Farbe. Weil es einfach meine Concealerfarbe ist. Meine aktuelle Lippenkombination kennt ihr, die ich sehr, sehr gerne benutze. Ich nehme aktuell nur einen Eyeliner als Lip Liner. Und zwar den Rival Love Me Long Lasting Eyeliner in der Farbe Braun. Sondern um die Lippe so ein bisschen auszuschattieren. Der Vorteil an Lip Linern, an Eyelinern ist, dass sie deutlich, deutlich länger halten. Nur um das Ganze so ein bisschen zu reduzieren. Ihr könnt dann auch so ein bisschen durch eure Augenbrauen gehen. Ihr könnt ihn sogar als Eyeliner benutzen. Mache ich jetzt Tatsache nicht. Nehme die kleinste Menge von dem Vinyl Ink. Ist auch so eine tolle Farbe. Tupfe mir das nur ganz leicht drauf. Und jetzt mein absolutes Lieblingsprodukt von Typology. Mittlerweile meine dritte Flasche. Die ist schon so durchgerockt, dass ich sie schon wieder runterfallen lassen habe. Weil ich sie halt überall mit hinnehme. Das ist das Lip Oil Untinted. Das gibt es auch mit Farbe. Es gibt viele verschiedene Farben bei Typology. Ich nehme das meistens aber ohne Farbe. Weil ich ja gerne selbst entscheide, welche Farbe ich im Alltag haben möchte. Und das ist das schönste Lippenöl, was ich kenne. Weil es aussieht wie ein Gloss. Es sich aber nicht so anfühlt. Es ist super, super reflektierend. Und super pflegend. Und mein Vorteil oder mein Favorit. Oder weshalb es mein Favorit ist. Ist, dass es halt nicht, wenn ihr es mal nicht benutzt, eure Lippen so abhängig davon werden. Ein ganz, 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 ganz tolles Öl. Super, super zart zu den Lippen. Und es hat sogar Squalane, Jojobaöl und Vitamin E mit drin. 99% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Ganz, ganz pflegend auf den Lippen. Ihr könnt das natürlich auch mit Farbe benutzen. Ich gebe meistens einfach Farbe ein bisschen drunter. Weil ich damit dann viel mehr machen kann. Was man damit auch machen kann. Man kann es auch so ein bisschen als Face Gloss nehmen. Wenn man beispielsweise jetzt keine Foundation hat. Einfach hier so ein bisschen auf die Wangen tupfen. Und dann hast du so einen natürlichen Face Gloss. Funktioniert sehr, sehr gut. Mag ich gerne. Und das, Freunde, ist mein super natürlicher, super erwachsener Look. Mit Drogerieprodukten. Und hättet ihr es jetzt nicht gesehen, wie ich diesen Look gemacht habe. Hätte ich euch doch erzählen können. Es ist ein Luxus-Make-up-Look. Ich verlinke euch ein paar Produkte von Typology unten in der Infobox. Große Empfehlung. Wirklich das Lippenöl. Das Puder, Tatsache. Mein Abschminköl. Freue ich mich, dass ich es jetzt hier nochmal in einer neuen Version habe. Und was meine Mutter mir empfohlen hat. Die ist nämlich ein großer Typology-Fan schon seit ganz, ganz langer Zeit. Ist das Body Scrub mit Green Kaffee und Macerated Oil. Ich habe es gestern einmal benutzt. Es riecht wie ein Spa. Hat so ein paar Peeling-Körner mit drin und ist perfekt für den Körper. Fühlt sich richtig, richtig schön auf der Haut an. Meine Mutter schwört auf dieses Produkt. Mutti hat sich eine Liste gemacht und Mutti ist sehr glücklich darüber. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich jetzt auch mit Herpology zusammenarbeiten darf. Schaut euch gerne die Hautdiagnose einmal an. Lernt eure Haut kennen. Lernt die Produkte kennen, die ihr vielleicht lieben lernt, so wie ich. Und dann danke ich euch, dass ihr heute mit dabei wart. Ich wünsche euch das schönste Wochenende überhaupt. Bis zum nächsten Mal.